Jetzt kommt ein schönes, bekanntes, altes Lied von uns. Ein Liebeslied für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Könnt ihr euch denken, welches Lied? Auch diese, weißt du. Das seid ihr alle. Was machst du denn schon wieder hier? Robert, du hättest nicht mit dem roten Stift schreiben sollen, dann hättest du es lesen können. Tja, na warte mal, eigentlich kam doch da noch was, aber was kommt denn nicht? Was kommt da? Also, da war ich jetzt falsch gemacht. Ich nehme alles zurück. Ich schaue den Brücken. Also, das kommt jetzt mit einem alten Schlager, wenn ihr euch sicher nicht hinkriegt, falls ihr das schon mal gesehen habt. Ich schaue den Brücken. Ich schaue den Brücken. Ich schaue den Brücken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020